Möchte jemand mit mir in den Tod gehen? Leben ist für mich ein Problem. Was ich jeden Tag von Neuem lösen muss. Zehn Sekunden tot sein. Ich lass mich einfach gehen. Wenn ich meinen innersten Instinkten folgen würde, würde ich von morgens bis abends um Hilfe schaffen. Emotionale Bindungen. Wie ich alleine bin zum Beispiel. Verantwortungsbegriffe. Ich renne von mich hin und ich spüre die Schritte. Erfolgsbar. Und den Atem und das Blut pocht mir hoch und zieh mich laut. Verwirrungstrieb. Ich muss nicht immer reden. Sag alles ab. Geh einfach weg. Halt die Maschine an und frag es nach dem Zweck.